Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde Ring of Elysium mit Alex, Kunra und Kapuze. Wir Bergsteigern heute. Oh, neuer Rucksack auch. Ich habe schon eine Pumpkanne in der Hand. Ja, mit dem Pack hast du wahrscheinlich eine Schottie als erstes. Ich denke das ist abhängig von dem Starter Kick. Ja, ist es, ist es, ist es. Also ich habe Sound jetzt noch mal ein bisschen leiser Leute, sorry dafür. Ist aber dafür besser dann wegen den Schüssen, weil da wird das Spiel halt richtig laut. Mal was hören, ne? Ah, wir haben einen Schlatz der Pistole jetzt, so was. Ah. Okay, das Aim Down Side hat bei mir nichts gemacht, leider. Bei mir ja. Ich muss gedrückt halten, also ich habe es jetzt so, wie wir spielen. Ich versuche es noch mal eben. Das war bei Input Method. Hold. Hold. Wollte ich nicht. Da bist du auch schneller. Bei dem einen musst du nämlich die Taste loslassen. Generell oder was? Input Disp, Input Settings. Ist der Punkt, heißt der glaube ich auch. Input Method, ja. Und dann Aim Down Side, ADS. Ah, enable Autopeak, ne. Ne, fast ganz oben. Also eigentlich ganz oben. Gibt fast nichts, was drüber ist. Dritte oder vierte Punkt von oben. Bestes Feature immer in dem Spiel, nachladen während eröffnen von Türen. Ah ja, das ist, ja, okay. Oh, die Shotgun ist unsere Piste. Aber wie schieß ich dann über die Schulter? Ja, gar nicht mehr, ne? Ne, ähm, also bei mir liegen fünf, bei mir liegen zwei Farmers mit unendlich viel Muni. Also ihr wollt, okay, ihr wollt wirklich nur dazu ziehen? Oh. Hä, ich ziele, wenn ich gedrückt halte, anstatt zu drücken. Was ist denn anders für dich? Hä, es gibt diese Schulterschussperspektive. Die gibt es nicht mehr dann. Steht dabei, wird disabled. Ja, die gibt es nicht mehr. Was ist denn die Schulterschussperspektive? Ja, wenn du aus der Hüfte schießt, die ist. Also dieses halbe Visier. Ja, genau. Das gibt es ja dann gar nicht mehr. So groß. Lol, du siehst ja sogar in deinem Rucksack, was du aufhebst. Echt? Hm, ja. Also ich hab, äh, nix, also, ja. Ich bin keine Visiere. Visiere hab ich gar nicht gegeben. Ich hab noch einen Holo. Ich hab einen Vierer. Brauchst du einen Vierer, vielleicht mal einen Sniper oder was? Oh, irgendein. Oh, ich hab damit, oh Gott, ich hab richtig Damage gekriegt. Bei Helm bei mir auch nochmal. Also mit Helm würde ich, also ich hätte auch, äh, wie gesagt, einen Vierer zum Abgeben, wenn wir einen Sniper haben. Was ist ein G28? Ein Gewehr. Ist das ein Sniper? Also geht das in die Richtung? Ne, äh, 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 wenn glaube ich eher Einzelfeuerwaffe, ne, so pam, 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 ja. Okay, wir haben... Man kann drei Waffen aufhauen. Ne, blöd, die Shotgun ist unsere Pistole. Doch, doch. Nein, nein, man kann drei Pistole, man kann drei richtige Waffen mitnehmen. Hallo, wie? Äh, Conor, magst du ihn bis hier raus? Nein? Okay. Äh, doch dir. Also ich nehm jetzt die G28, ich würd das Vierer Scope dafür nehmen, aber das liegt, wenn du, wenn du's nicht brauchst. Ja, klar, ich hab ja angeboten, Conor hat ja nix gesagt. Was hab ich denn hier? Midi-Kids und First Aid-Kids, ich hab irgendwie alles gefühlt. Hallo, äh, kommst du mit? Ja, hier liegt auch schon ne G28. Vierer, links. Wir sind in der Kälte. Ah, warte mal, ich hab's angelegt. Link nach links ziehen, man zieht immer automatisch nach rechts. Ja, okay, okay. Ich behalte die Pumpgun. So, ja, na gut, ist ja auch deine Pistole, ne? Aber du könntest jetzt trotzdem was anderes. Ah, übrigens, linke, ne, hä? Ah, auf fünf, wenn ihr zwei Nades habt, ist linke Maustaste HE, rechter Smoke. Ah ja, das ist cool. Also auf fünf ist sozusagen alle Nades. Hier ist ein Auto und wir müssen aus der Zone raus, wir frieren und ist sogar echt weit. Okay. Bin im Auto drin. Ich guck hier nochmal eben durch, ob hier noch vielleicht ein Visier ist. Da, oh, jetzt ist es los. Alter, ist das Auto laut schon wieder. Oh, ich hab's jetzt ange... Also, ist okay, leise. Fangen Sie los? Haben Sie überhaupt noch einen Führerschein, Sie verrückter? Geh mal am Berg, komm, wir fahren zum Berg. Wir müssen erstmal, würde ich sagen, hier raus. Ja, ja, und dann zum Berg. Und jetzt ein Lied. Hallo, hast du hartbremst drin oder B? Ah, jetzt geht's hoch. Wow, wow. Kann man aus dem Auto schießen, das ist schon mal gut? Ein Lied kommt ran. Schlimm an. So, Audio. Oh, von einem Busfahrer, Busfahrer. Oh, der begeistert hier. Was? Wie bitte? Oh, oh. Aua. Fuck. Aua. Ich wusste ja, dass das der krasseste Bär ist. Ja, ein Eisbär. Was ist davon? Zirkus. So feiern sich, Alter. Schüsse hinter uns, äh, 60 und 70. Rein in das Haus, oder? Wir könnten die doch versuchen zu fighten. Wir müssen aber noch nicht in 5 Minuten. Die fahren auch Auto? Ja, ja, ja. Ich glaube nicht mal, dass sie selben sind. Ich sehe sie. Oh, ich glaube schon. Der hält, äh, Richtung hier an. Ich pinghe. Der wird beschossen. Oh, hab ihn gehittet. Der legt nicht hin, das ist... Ah, schade. Fängt dann mit Kuh immer, ne? Was mit Kuh? Ah. Ping. Ah. Das Gebäude, da müssten sie drin sein. Hey, da, da fern, da fern auf uns. Ist einer. Wir haben uns gegenseitig gut getroffen. Ja, ich wurde auch gehittet. Kann man aber pingen, wo? Äh, das Haus da. Aber nicht so weit oben, sondern weiter unten. Na gut, ich glaube, er ist da unten. Ich brauch noch einen Ping. Ähm, hinter dem. Ich bin low, ich hab... Ich hab nur Bandaden. Ich brauch immer eine Stunde zu meilen. Ich seh dich leider nicht da. Du bist bei uns, ne? Ja, ich bin unter euch im Haus. Ich hör glaube ich Steps. Die pushen uns. Ich hab nur Bandaden. Einen hab ich. Den hab ich auch getroffen, ja. Das war... Das war... Ich hab einen, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, ich hab einen down. Ähm, heb Kuh nur auf. Kannst du mich auch aufheben? Hast du Dado auf? Achso, wo bist du? Sorry, sorry, sorry. Neben dir. Genau neben dir. Ja, ja, ja. Ich hab Angst, dass halt... Ich stehe beim Fenster, ja. Steps. Kommt jetzt auch, oder? Nicht gewesen. Nee, nee, nee. Ich glaube rechts von uns. Ich hab einen gekehlt draußen. Der wurde aber aufgehoben, weil du nicht gestorben bist. Also, er muss auch irgendwo draußen sein. Dado, hast du Medipack? Ich leg mich denn. Ich hab nämlich nix. Also, ich hab nix. Ich hab noch, ich hab noch. Dado. Hier. Dado. Ein großes, vollgelegt. Bin mir ziemlich sicher, dass es Steps sind. Hast du's genommen? Ja. Die sind immer noch... an dem Berg da. Da hab ich eben noch einen gesehen. Äh. Hier, was machen wir? Wir haben immer das Auto hinterm Haus. Äh. Was war das? Ja, da. Das war mein Schuss. Ich weiß nicht, ich sehe den Pingen nicht. Ah. Er hat mich. Fuck. Ich... Okay. Wo genau? Kann ich die Wand aufheben? Ähm. An dem Berg. Relativ... 60 Grad. Ja. Kommen wir zum Bisschen! Also relativ gerne. Reiner down. War das? Ich hab nur noch drei Wände. Zwei. Tot. Wir haben noch zwei Minuten. Ja, passt. Ja, passt. Gucken, ob die was zum Heilen haben. Ähm. Nein, ich lieg damit schon. Der eine liegt da weiter hinten. So 60 Grad. Ich hol das Auto schon mal. Guck du überhaupt, ob das zu Heilen da ist, Kunan. Ich hab... Äh, gut. Ich hab schon Pondagen, aber ich kann nicht nur ein paar geben. Ähm. Ja, ich hol das Auto schon mal. Damit wir eigentlich so lange hier stehen. Hier ist auch noch ein Auto. Ja, ich hab... Ich bin schon da. Wird schon kälter. Das ist halt so nice. Böshaltig. Ey, es gefällt mir nicht. Auch das? Das... Ich find das... Die Licht... Ja, komm Kunan, ich kann was droppen. Aber nicht mehr, ich fahr. Jetzt komm erstmal. Du hältst dann auch den... Ja, vielleicht so, dass ich mich im Auto heilen kann. Das wär super. Kann einer eben kurz was droppen? Wie steig ich aus? Ja, ist. Wo denn? Ah, da. Du hast es, ne? Unterm Auto. Ich hab kein... Mein Backpack ist voll. Ja, 1 Minuten 20. Ich nehm's mit erstmal. Vielleicht kann ich... Warte. Warte. Ich kann keinen Heiligen aufheben. Ich kann keinen Heiligen aufheben. Kunan, steh da noch. Jetzt. Okay. Versuch mal ob du heilen kannst überhaupt beim Fahren. Weil ich glaube es ging in dem Spiel. Es ist ein Zirkus. Man kann nicht vor durchfahren wahrscheinlich auch, ja. Jetzt hab ich immer wieder 90 Sekunden schon mal. Kann ich jetzt aus dem Fenster schauen? Warum? Einfach zielen. Geht nicht. Fenster ist vielleicht auch drin. Ah, jetzt geht's. Okay. Okay, wir sind hier ja schon in der Zone gleich neben uns. Ich kann aber die Waffe hier nicht wechseln im Auto. Ah doch, Waffe wechseln ist ein bisschen laggy. Ah, okay. Du hast ein bisschen warten. Ich würde fast hier stehen bleiben. Ja. Runter gehen? Okay. Attacken! Direkt vor uns im Haus. Im Haus, im Haus, im Haus. Auf dem Haus drauf. Wir pushen uns. Von hinten kommt noch was. Einer down. Zwei down. Von hinten. Hinten jetzt. Echt von uns Westen. Die unten sind tot anscheinend. Oder habt ihr die gefinished? Ich hab eingekillt. Ich hab eingekillt. Wollen wir ins Haus? Was? Ich bin da und er auch. Granate geworfen. Warte. Warte. Da liegt glaube ich ganz gut hier. Da ist die Zone. Und dann? Wo ist er? Der ist denn nicht? Ja doch die ganze Zeit. Da ist die Zone Alex. Doch da oben! Ja, aber hier ist es auch. Ich gehe doch schneller jetzt. Robin, Mann ist tot. Sofort tot. Okay, jetzt zu den anderen. Komm Kapuze, zu den anderen. Wie sieht es da aus bei euch? Ja, ich heb Alex gerade auf. Waren die tot? Einer ja. Nein, nein, nein. Die jetzt hier bei Alex. Sorry, 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 sorry. Wirst du nicht? Boah, Kunde. Okay, ist das ein Fight. Ja. Schafft ihr es rein? Ja. Sind drin, aber... Ich leg mich mal kurz hin. Ich hab nichts mehr zum heilen. Doch hab ich noch. 27. Ihr habt noch also? Ich hab gar nichts zum heilen. Komm zu mir. Ja, ich bin hinter mir. Zwei mehr die Kids. Aber danke. Aber ich gehe mal lieber ins Haus rein. Ach nee. Man kann sogar laufen ganz langsam. Man muss die 9 drücken zum heilen. Okay. Geh ins Haus rein. Kann ich die Bandagen mitnehmen dann? Ähm. Kannst du machen. Nimm mit. Kunde, komm mal her zu mir. Ich hab acht... Ich hab drei Midi-Packs. Ich geb eins. Das wär super, ja. Hier. Ich kann noch eins abgeben. Backpack ist voll. Weiß noch nicht. Okay. Ähm. Warum ist mein Backpack denn voll? Weil es nur zu viel Aufsätze dabei hast. Ich hab noch 32 so Bandagen. Kunde, willst du was? Die Bandagen hab ich 14 jetzt. Aber ich hab eh nicht viel Platz. Okay. Alex? Was denn? Kannst du kloppen? Sag mal Bescheid wenn ihr fertig seid. Wir sind noch in der Zone und es gibt einen großen Berg. Wir können da hoch. Und da haben wir einen guten Spot. Ich lauf mal zum Berg. Okay. Hast du noch einen Midi-Pack oder so Alex? Oder brauchst du eins? Ne, ich hab gar nichts mehr zum Halten. Ich hab auch noch einen Midi-Pack. Dann geb ich dir auch noch eins. Dann geb ich dir auch noch eins. Alex, gib das auf. Dann hast du auch noch eins. Dann haben wir jetzt alle eins. Oder wolltest Externet-Mac gar nicht? Achso, ne. Das wollte ich nicht. Das ist okay. Ich dachte darum ging. Entschuldigung. Okay. Dann lass uns total und lass uns den Berg hochkommen. So Jungs. Kletterausrüstung, Attacke. Oh lol, man kann den großen... Gar nichts. Moment. Irgendwas mach ich falsch. Was war da wohl für einen Aufwand? Man kann den Monster Truck da mitnehmen. Alles klar. Wir sollten auch jetzt schon klettern. Es dauert. Aber ich seh's. Pies den runter. Er ist Free Target. Alter. Vielleicht ist das Snowboard doch gar nicht so schnell. Naja, aber der Vorteil ist, wie sollen die anderen hier so schnell hochkommen? Das stimmt. Du hast halt nen High Ground. Und wenn du down gehst, kannst du halt aufgehoben werden. Ich spiele auch. Bleiben! Okay, das dauert wirklich ein bisschen. Bleiben, boys! Einmal F drücken, dann F loslassen, dann nur W. Alter, Kapuze. Guck dir mal den Popo von mir an. Oh, scheiße. Ja gut, dann hab ich jetzt losgelassen. Ich dachte, dann mach mal einen Spruch nach oben. Geil. Wenn man den Popo anguckt, drück man nach oben. Das spiel ich nicht gerade vor. Du bist gar los, Alex! Also nur F drücken und dann W gedrückt halten. Das sind ja alle Frauen! Du bist jetzt meine Tänzerin. Ich glaube eher, du bist fehl am Platz. Ich bin der K-Pop Kim. Sieht direkt, dass du ein Wessi bist. K-Pop Kim kaputt bin ich. Ich kletter schon die nächste Ecke. Oh nein, da gibt's schon... Oh nein! Ich bin gleich oben auf dem Berg. Ich glaub nicht, wie kommen alle wieder runter, wenn man klettert. Ein japanisches Lied. Ja gar nicht! Ein koreanisches Lied. Bleiben wir oben. Pass mal, unten am Berg spielt die Musik, ja? Ich will auch noch mit der Seilwaffe. Ich muss sagen, dass ich das Feature gar nicht so schlecht finde. Also die drei Features sind eigentlich gar nicht so schlecht. Tän 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 Tän. Hat mir ja heute Mutter vorgesungen bei uns. Ey, die sollen das Spiel richtig vermarkten und supporten und verbessern. So, das ist doch... Na, noch ein bisschen Steuern, dann geht das. Wenn du jetzt in nem Schieberegler Fortnite und PUBG hast, liegt das Spiel in der Mitte. Ja. So, das ist so... Das ist der Step, wenn du von Fortnite nach PUBG willst. Dann spielst du erst das. Ja. Richtig. Ah, hier oben ist ein Camp. Moment, hier ist ne Seilbahn. Du kommst hier runter. Und zwar mit so ner Zip-Line, oder? Ja, dass ich das Schießen gar nicht so leicht finde in dem Spiel. Ja, du kannst mit der Zip-Line runter. In mehrere Richtungen. Das sind die Linien auf der Map. Dafür sind die Berge da. Okay, das ist echt stark. Aber wir können erstmal hier oben bleiben, oder? Ja, genau. Pass auf. Jetzt haben wir mit dem Kit keine... Doch, doch. Ich hab schon... Keine Zip-Line, genau. Man kommt mit keinem anderen Kit hier hoch, aber das Kit hat keine Zip-Line. Die Weitsicht ist auch krass. Also wir sollten auf jeden Fall die rechte Zip-Line nehmen wahrscheinlich. Ja, wir sehen ja, wo die nächste Zone hingeht. Wir sehen ja, wo sie landet. Ich geh mal ganz hoch. Vielleicht können wir auf der anderen Seite noch was sehen. Ich hab ein Dreier... Ne, ein Zweier, weiß ich nur. Leute, die... Alter, ich kann bis dahinten gucken. Von hier oben siehst du alle Gegner. Lauf ich, wenn ich die Waffe wegsteck, schnell, ne? Wie kann man sie denn wegstecken? Mit X. Ist es mit X? Ja. Boah, du kannst ja... Ich seh die ganze Map. Außer den Riesenberg da hinten. Ich geh mal hier hinten noch hin. Das sieht echt interessant aus. Ah, da fühl ich mich wie in Österreich. Schon bisschen. Das ist 150. Schießt auf uns, schießt auf uns. Wo sind die denn? Ja, schießt auf uns. Keine Ahnung, wo die sind. Aber die schießen auf uns. Wer werden sieht, ping. Da. Aufm Haus. Hab ihn einmal gehittet. Der hat auch. Und links vom Balkon. Der hat auch einen Hit bekommen. Sehr gut. Wir sind hier oben. Die müssen auch gleich raus. Ja, was? Mit Altfeld hingucken, ne? Wie bei Arma damals. Hab ihn nochmal gehittet. Den oben auf der Villa. Da seh ich noch einen. Da guckt er links aus dem Fenster raus. Hint. Hint. Einer genocked. Da liegt er. Wird halt aufgehoben. Aber immerhin. Von rechts beschossen. Wahrscheinlich, Alter. Wir wollen den High Ground. Da unten. Da ist einer hingegangen. Oh, meine Maus-Sense für die ganzen Scopes muss noch angepasst werden. Da war jetzt noch einer. Oben ist aufgehoben. Ja. Ja. Naja, aber es kostet ja trotzdem Medics. Alles Heilung. Es kostet den Stuff. General Maus-Sense. Da oben links ist er jetzt. Hat einen Header gekriegt. Geht direkt wieder rein ins Haus. Ja, der eine ist reingelaufen. Auch ins Haus. Der hier war. Ja, ja, ja. Bleibt da mal schön. Er gleich friert. Jetzt hab ich euch den Arsch weggehebt. Oh, stimmt. Wir sind jetzt hoch. Weiterhin. Habt ihr die Hochkletterdinger eigentlich im Blick, dass wir nicht hochkommen hier? Nein. Hab ihr nochmal einen Hit gegeben am Haus oben? Ach. Oh. Was ist? Ich wär fast einen Schritt nach hinten gegangen. Ja, da oben. Da wär der große Abgrund. Ich friert. Pass auf. Da hätt's mich fast erwischt. Die sehen wir noch. Es wär geil, wenn man eine Bärenfalle hätte. Die würde ich hier oben auf das Ding legen. Da hinten ist ein Air Chicken. Ein Chicken Drop. Wie nennt man das? Ein Chicken einfach, würd ich sagen. Wir warten jetzt einfach, bis die kommen, oder? Okay. Ich bin mit der Maus-Sense nicht zufrieden. Was hab ich eigentlich für Scope 8? Ich hab 35 eingestellt. Ist das vielleicht von Chicken Däne, dass sie sich das abgült haben? Ja, das ist halt. Ja, die Anspielung kommt auf jeden Fall dahinter. Einer ist jetzt auf das Haus zugelaufen. Stell ich die Scopes einzeln ein, indem ich bin nicht an der Waffe. Der ist jetzt hier in dem Haus? Genau. Da hinten. Ich seh nur einen. Oh shit. Äh, da müsst ihr gleich kommen. Mach hier nochmal? Okay. Äh, das ist so von rechts. Dickes Viper. Ich hab die ganze Zeit Angst gehabt. Nämlich das von hinten aus. Jaja. Das war nicht von hinten. Nee, nee. Das war so Westen. Das könnt ihr noch gesehen. Nee. Der Schutz ging an mir vorbei. Ich ging getroffen. Ja, an dir vorbei. Auf mich. Was ist vielleicht das Haus da hinten? Da ist ein Gleiter. Da links ist ein Gleiter. Oh, ach so Alex. Du kommst mit den Scopes halt... Warte mal. Warte mal. Ja. Ja, das war da hinten jetzt. Ich hab Schritte glaube ich. Ha. Hat mich. Wow. Hat mich auch. Ich seh ihn nicht. Ich geh down wahrscheinlich. Ich krieg nochmal weg. Ich hoffe ich weiß wo er ist. Ich bin jetzt safe. Auf. Ja. Okay. Kann mich keiner aufheben? Ja warte. Ich werd noch aufkommen. Warte. Wo ist der ungefähr? Ähm. Richtung 240. Also ich müsste jetzt auf der Ebene sein wo er mich nicht sehen kann. Ich seh ihn da hinten. Ich seh ihn da hinten. Ich seh ihn da hinten. Und da kommt auch noch was angefahren. Das wird hart. Ich seh ihn auch laufen. Ab jetzt könnt ihr uns sogar sehen. Ich leg mich hin. Wo 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 warte ich bin da. Wo 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 wo. Die haben irgendwie Fokus alle auf uns. Ich hab mich gerade hingelegt. Ja wahrscheinlich weil man weiß dass das hier nicht schlecht ist. Hier close ist einer unten wo ich gefängt habe. Da ist auch der Sniper. Das ist der Sniper. Der Name P. Ja der ist hier. Ich kann nicht. Ich heil grad noch. Ich bin am P. Da wo ich gepinkt habe ne. Ok dann lass uns erstmal Dev abwarten ein bisschen. Also den Schuss der kommt aus der Richtung. Zweimal getroffen. Da ist auch einer wo ich gepinkt habe. Alex ping nochmal. Was? Ping nochmal. Ich seh ihn nämlich. Da irgendwo ist auch einer. Da wo ich gerade pinge habe. Da seh ich welche. Er steht jetzt da. Er steht jetzt da. Achtung. Da ist einer down gegangen. Ich hab den am Boden liegenden gehittet. Da kann man ein bisschen üben an der Leiche. Ja meiner. Ping nochmal ping nochmal. Da hab ihn markiert. Er hat einen Snowboard. Fliegt er durch. Er hat auch grad geguckt. Feli ist da. Der ist genau neben uns. Läuft. Wir können hier alle abfischen. Stimmt. Wir können nicht entkommen ohne dass wir sie sehen. Aber wir müssen halt irgendwann auch runter. Das ist das Problem. Und wir müssen klettern. Wir können ja erstmal killen. Wir haben hier sogar noch ne. Wir haben hier nen guten Weg nach unten. Einen richtig guten. Ja. Der Sniper ist genau dran eigentlich. Der da hinten. Ja gut. Das will er machen. Wir müssen sie auf jeden Fall runter schießen. Es ist ein 4 gegen 4 wahrscheinlich. Wir müssen sie nicht schaffen. Hauen sie ab. Ja ja. Die werden ein oder zwei von uns down und dann abhauen. Hab den Sniper da erwischt einmal. Pass auf den Heli jetzt auf. Den hinten ist auch noch. Den hinten ist auch noch. Okay. Heli achten. Den hab ich getroffen. Einmal. Der Sniper ist nochmal getroffen. Ich auch. Teil mich. Der da hinten ist dann noch. Wie gesagt. Wir dürfen nicht. Wir müssen ja schon mal hochklettern. Von daher. Ich probier mal HEWO. Mal gucken wie weit er geht. Glauben nicht alles. Hat einer ein bisschen die Leiter im Blick? Weil ich gucke ob uns einer umläuft. Okay. Bis zum Heli komm ich. Da läuft jetzt einer. Nach links. Nach links weg. Ja. Der Heli wirbelt Schnee auf. Da ist noch einer dahinter. Da sind zwei jetzt. Drei seh ich da. Ich muss meine Hunde entspannen. Ich geh weiter runter. Okay. Ja ich geh auch mal besser zu sehen. Ja ich geh auch mal besser zu sehen. Da hinten. Da hinten. Hat einer die Leiter im Blick? Mich ernten. Nicht wirklich. Alex und ich gehen halt gerade runter. Ja ja ja. Zum Noten bleib ich hier. Habe ihm einen Header gegeben. Lebt aber noch. Wir sind die Leiter. Da oben ist es oben bei euch. Ist es oben bei euch. Oben bei uns? Was? Ne ne ne. Aber ich sag nur der ist vom oberen Plateau. Ich habe einmal getroffen. Die kämpfen gerade. Die kämpfen gerade. Ping nochmal bitte. Auch runter. Kapuze. Es sind vier gegen drei. Und der Heli haut ja ab irgendwann. Wir müssen jetzt auch pushen. Hat einer die Leiter noch ein bisschen im Blick? Ja ja. Ja ja. Haben wir. Okay ich komme auch näher jetzt. Kapuze komm. Der Heli wartet. Ja ich komm. Ich komm. Ich weiß halt gerade nicht wo die sind. Ich auch nicht. Ich habe noch ein letztes Mal gepinkt vollkommen. Neben mir close. Kannst du Alex aufheben? Ich muss heilen. Ah ja. Warte 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 warte. Okay. Hat einer den Heli im Blick? Ne. Okay. Warte okay. Hebe auf. Ich hebe auf. Nate. Da ist er das Einten dran. Ja mich hat er. Südwestern 140. Ich bin aber safe. In der Ecke bin ich safe. Hat der Heli-Kit getroppt. Kann ich die nicht aufheben? Kannst du. Du darfst nicht liegen. Es geht neben ihm liegen. Warum nicht? Wie willst du mich denn aufheben? Macht's Boys. Ich habe nicht mehr viel Leben. Aber wir müssen es kummern. Ja wir müssen heilen. Ich habe den gut gegeben. Ich heile auch noch einmal. In 20 Sekunden werden wir frieren. Deswegen schon mal näher ran gleich. Vier gegen zwei. Komm. Und jetzt pusht. Egal wie wenn es nur einer schafft. Schafft es halt nur einer. Vor mir. Vor mir. Beide vor mir. Beide exakt vor mir. Beide exakt vor mir. Beide auf einer Position. Granaten hin im Zweifel. Keine mehr. Einer down. Nimm die Leiter. Kapuze. Ich hab sie. Kapuze. Hebe mich auch da. Ich. 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 Alex ich hör dich nicht. Es ist so laut. Alex. Der Heli. Komm Alex. Wo bist du? Da liege. Alex. Wenn der Heli nicht so laut gewesen. Hätte ich es mal. Wie gut ist auch ein Heli. Haben wir den Gipfel überlaufen? Ja. Gipfel. Ach Leute. Alter. Die nächste Runde in Ring of Elysium war wieder super nice. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Alex, bei Konan und Kapuze. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.